Hallo und herzlich willkommen zurück bei Octopass Traveller. Ich bin Mahadevi und ich zeig euch heute wieder eine Nebenquest, die erst erfüllbar ist, wenn ihr das vierte Kapitel geschafft habt, da Therion hier in Nordkamp tätig war. Wahrscheinlich sein Kapitel. Ach, der wird zwar einfach alle vierten Kapitel machen und dann taucht die schon alle auf. So, es geht um Augen. Ja, er ist viel auf Reisen. Ich hab's jetzt. Alter, ich würde bei dem Wetter keinen Wuhs vor die Tür setzen. Wobei ich sagen muss, Schnee mag ich. Wenn es wirklich schneit, dann halte ich auch die Kälte aus. Was ich nicht mag, ist nur Kälte. So, wir müssen nach Victor's Kohl. Aber leider gab's schon lange kein Schnee mehr in Benin. Echt schade. Ja. Genau von zu der will ich. Damit geht's jetzt zurück zu Ogan. Was ist mit euch? Aus welcher Ecke Deutschlands kommt ihr? Hattet ihr Schnee im Winter? Ich mag den Schnee. So, so zwei, drei Wochen reicht dann aber auch. Mehr muss es nicht sein. Und der muss richtig sein, der Schnee. So, so mit Rodeln und Schneemann bauen. Früher, als ich angefangen hab, als Erzieherin zu arbeiten, da gab's Schnee. Da bin ich mit den Kindern rodeln gegangen. Und bin natürlich mit gerodelt. Wir haben Schneemänner gebaut. Lange ist es her. Das waren so schöne Zeiten. Ich hab'sveilig gesagt. Und so, wie? Ja, ich hab'sibi. Ich hab's nicht erlebt. Jetzt wird das jetzt... Und das, was ich verschwunden hat. Okay, Judi, dann danke fürs Zuschauen, ich hoffe ich konnte euch helfen, ihr hattet Spaß, gebt mir einen Daumen nach oben, hinterlasst mir einen netten Kommentar, macht ein Abo, läutet die Glocke, wenn ihr noch nicht habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!